Ich begrüße die Buchhändlerinnen, die heute am Stadelhofer Platz zusammen mit den Schriftstellerninnen eine Aktion gemacht haben. Ich begrüße die Fachfrauenbetreuung, die sich mit ihrer kämpferischen Gruppe trotzkarte. Ich begrüße die Lehrerninnen und Journalistinnen, die mit ihrer Arbeit erreicht haben, dass unsere Themen in regelmäßigen Abständen von der breiten Bevölkerung gelesen werden. Ich begrüße die Reihigungslauen, die ihre Arbeit heute niedergelegt haben. Ich begrüße die Bekäuferinnen, die an den Protestpausen teilgenommen haben. Ich begrüße die Akademikerinnen, die auf Anstellungs- und Forschungsbedingungen für Frauen aufmerksam gemacht haben. Und ich begrüße die Frauen der schweizerischen Post, die Fionette Fuller getragen haben. Ich begrüße alle Mütter, die erwerbstätig sind und Immigrantinnen, die nicht arbeiten können oder nicht arbeiten dürfen. Und ich begrüße auch alle Frauen und solidarischen Männer hier heute auf dem Heldenhofer Platz. Frauen, wir haben heute in der ganzen Schweiz protestiert. In Zürich, Bergen und Basel und Lausanne waren es weit über 200.000 Franken. Frauen und Blauen, die sind die Hauptverteidigung im Großen aus dem Blauenstreit 1991. Und wir haben gestreift und wir haben plage gemacht, dass wir endlich Gerechtigkeit wollen. Die Frauen in der Schweiz leisten deutlich mehr unbezahlte Arbeit als Männer. Und die Taxi von Lehrarbeit geläubt sich als 85 Milliarden Franken. Zum Beispiel sind die Bekäuferinnen im Abendsverkauf darauf angewiesen, dass die Großmütter die Kinder umsorgen. Die Großmütter, die diese Arbeit natürlich unbezahlt machen. Für uns und Helden leisten arbeiten Männer Teilzeit. Teilens, weil sie nicht dürfen, teilweise nicht wollen. Teilzeit, hin oder her. Wir arbeiten sowieso zu viel in der Schweiz, denn die wöchentliche Arbeitszeit ist zu hoch. Wir arbeiten mit anständigen Anständigungsbedingungen und Partnerchancen. Wir arbeiten mit anständigen Anständigungsbedingungen und Anständigungsbedingungen und Anständigungsbedingungen. Und wie ihr sicher auch schon lange wisst, ist mindestens ein Rittel dieses Unterschiedes so genannt statistisch unerklärbar. Das heisst, der Unterschied ist direkte sexistische Diskriminierung. Wir fordern Lohltransparenz und dass die Unternehmen sanktioniert werden, wenn sie sich nicht an die Lohngleichheit halten. Wir fordern Gerechtigkeit bei den Renten und an Frauen häuslichen, schlechten, bezahlten Branchen arbeiten. Darum haben sie tiefere Löhne und die Rente sind mindestens 40% tiefer. Das ist eine riesengroße Schweinerei. Die kürzlichen Parteien haben nach der letzten Abstände bereits angekündigt, dass sie das Rentenalter und besonders das Frauenrentenalter erhöhen wollen. Wir sagen ganz eigen durchlau. Finger weg von unseren Fäntern und Finger weg vom Frauenrentenalter. Frauen, wir brauchen heute Respekt und ein Ende der sexistischen Belästigung und Gewaltsein. Wir haben gezeigt, dass wir nicht länger alleine für Haus und Herz zuständig sein wollen. Und wir haben gezeigt, dass wir eine anständige Rente für ein unabhängiges und gutes Leben im Alter wollen. Kollegen!